Willkommen zurück zum Qt-Einsteiger-Tutorial. Heute gucken wir uns das Qt-Table-Widget an. Wie man vom Namen schon ableiten kann, handelt es sich dabei um eine Tabellenkomponente, die einiges drauf hat und die gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Erstellen wir mal ein neues Projekt. So, wir lassen alles standardmäßig eingestellt und öffnen dann das UI-File hoch. So, und dann sehen wir hier das Table-Widget unter Item-Widgets. Ziehen wir einfach einmal hinein. Und wenn wir das einfach mal kompilieren und ausführen, dann sehen wir hier eine leere Komponente. Die können wir jetzt mit Spalten füllen, indem wir Rechtsklick drauf machen und auf Edit Items klicken. Und hier haben wir die Columns und wenn wir auf Plus klicken, dann können wir neue Columns hinzufügen. Das sind dann die einzelnen Spalten. Und ich mache einfach mal Vorname, Nachname und Alter. Wenn ihr hier auf Properties drückt, dann könnt ihr hier sogar noch Icons einstellen und die Schriftarten ändern und so weiter. Was euch aber relativ schnell auffallen wird, ist, dass ihr die Spaltenbreiten hier nirgendwo setzen könnt. Das muss man dann tatsächlich im Quellcode nachher machen. Ich habe zumindest jetzt hier unter macOS keine andere Möglichkeit gefunden, die Spalten aufzuziehen. Aber das machen wir dann im Nachhinein. Hier unter Rows können wir dann schon einzelne Zeilen hinzufügen. Das machen wir aber dann gleich im Programmcode auch. Ein Klick auf OK. Und wir sehen, wir haben hier dann, man sieht hier, man kann die Spalten leider nicht größer ziehen. Wir haben hier dann die drei Spalten Vorname, Nachname und Alter. Wenn wir es jetzt einmal kompilieren und ausführen, sieht es dann auch schon so aus. Und wir sind tatsächlich auch in der Lage, hier die Größen schon zu ändern. Die bleiben dann natürlich nur für unser Programm jetzt erst mal. Aber wie wir die jetzt setzen, das zeige ich. So, öffnen wir einfach mal die CPP-Datei. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, ich mache mal Spaltenbreiten setzen, via Zugriff auf das Table Widget, die Column Width zu setzen. Und das erwartet zwei Parameter. Zum einen die einzelne Spalte. Die ist dann von 0 basierend hochgezählt. Also für Vorname haben wir die 0. Und dann die Breite. Da wir jetzt drei Spalten haben, setzen wir auch direkt die Größen. Einmal für Vor- und Nachname auf 300. Und schätze mal, fürs Alter reichen auch 100. Wenn wir es jetzt einmal kompilieren und ausführen, dann sehen wir, dass das soweit geklappt hat. So, dann möchte ich zwei Dinge zeigen. Und dafür benötigen wir zwei Push-Buttons. Einmal möchten wir hier Einträge hinzufügen und einmal möchten wir auch Einträge wieder entfernen. Deswegen zwei Push-Buttons. Die richten wir schon mal aus. So, und den hier nennen wir hinzufügen und den hier entfernen. So, wir kümmern uns erstmal ums hinzufügen. Und da zeige ich einmal, wie man normalen Text hinzufügt, aber auch, wie man wiederum ein Widget, genauso wie beim TreeView, hinzufügen kann. So, beginnen wir einfach mal relativ einfach. Wir haben bei einer Tabelle ja immer mehrere Zellen. Zellen, das sind dann die einzelnen Spalten und halt Zeilen. Also letztendlich sieht es dann so immer aus. Und jede Zelle wird einzeln angesprochen und es wird immer dort etwas hinzugefügt. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich füge jetzt eine Zeile hinzu, sondern ich füge dann einzelne Zellen hinzu. So, um das zu tun, müssen wir erstmal eine neue Zeile hinzufügen. Wir haben keine Zeile. Um Daten zu speichern, muss man natürlich eine Zeile haben. Und das ist relativ einfach. Wir holen uns einmal die Anzahl der Zeilen raus. Und das geht mit der Methode RowCount. Dann haben wir jetzt in dem Fall 0 drin stehen. und dann setzen wir tatsächlich die Anzahl der Zahlen auf RowCount plus 1. Dann wissen wir, wir haben jetzt drei Spalten und wir wissen, dass wir für jede Spalte einzeln die Widgets hinzufügen müssen. Ich muss mal kurz mit dem Handy ausmachen, sonst bimmelt das hier rein. Und das machen wir mit dem QueueTableWidgetItem. Und da erstelle ich einfach mal ein Array mit drei neuen QueueTableWidgetItems. Und die können tatsächlich einen String übernehmen. Das sieht man hier. Und ein Type und sogar ein Icon. Uns interessiert aber jetzt erstmal nur Text einzugeben. Und da mache ich dann einen QueueString rein. Vorname. So, setzen wir noch die Zeile als Argument. Dann wird das dann durchgezählt, immer wenn wir da draufklicken. So, das müssen wir dann natürlich dreimal machen. Weil wir haben ja drei Zeilen. So, nachdem wir das getan haben, müssen wir für die Zeile, die wir neu hinzugefügt haben, das ist dann auch die Variable RowCount, diese Items oder QueueTableWidgetItems hinzufügen. Dann machen wir das mal ein bisschen dynamisch. Oh, sollte eigentlich Sites Off stehen. Das können wir mit einer einfachen Schleife machen. Wir könnten die jetzt natürlich auch einzeln hinzufügen, wenn wir das möchten. So, eine einfache Vorschleife und dann fügen wir einfach in das UITableWidget mit SetItem die einzelnen Teile ein. Das braucht wieder drei Parameter. Als erstes natürlich die Zeile. Das ist ja bei uns dann RowCount. Dann die Spaltes, bei uns Column. und dann natürlich noch das QueueTableWidgetItem. So, und wenn wir das gemacht haben, das einfach mal speichern, kompilieren und ausführen und dann auf Hinzufügen klicken, dann sehen wir, wird auch tatsächlich schon eine Zeile hinzugefügt. Das Coole ist, man kann jetzt hier einfach doppelt reinklicken und dann die Daten abändern. Aber manchmal möchte man auch die Zeilen komplett selektieren und dass es Read-Only ist, dass man halt sowas wie ein RapidView oder sowas hat. Das ist auch relativ einfach zu machen. Und zwar geht man hier rein, dann scrollen wir ein wenig runter. Da gibt es, ich muss immer lange suchen, genau, den Selection Mode. Den stellen wir auf Single Selection, sodass ich immer nur zum Beispiel eine Zeile auswählen kann. Ich könnte natürlich auch auf Multi-Selection stellen, dann kann ich auch mehrere Zeilen auswählen, aber ich will das mal mit einer Zeile zeigen. Und wir sagen, wir wollen nicht die einzelnen Items auswählen, das heißt die einzelnen Zellen, sondern wir wollen die komplette Zeile auswählen. Und wenn wir das jetzt einfach mal kompilieren und ausführen, dann sehen wir, wir können nicht mehr das einzelne Item auswählen, sondern wir wählen die gesamte Zeile aus. Wir sind aber jetzt noch in der Lage, hier Daten zu manipulieren. Wenn man das noch abschalten möchte, dann gibt es hier Edit Triggers und da gibt es No Edit Triggers, was man anwählen kann. Und dann steht diese Tabelle auf Read Only theoretisch. Und jetzt kann man das tatsächlich als eine Read Only Tabelle anzeigen. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit, die Vertical Headers auszuschalten. So, ich zeige das mal. Dann haben wir hier nicht mehr 1, 2, 3 und so vorne stehen, sondern das sieht dann ganz normal aus wie ein List View. So, dann Column View, besser gesagt. Ich hatte aber ja gesagt, dass es noch die Möglichkeit gibt, eigene Widgets hier wieder hinzuzufügen. Das ist das Tolle an Qt. Da kann man das alles so mehr oder weniger mischen, wie man das möchte. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Und zwar möchten wir jetzt beispielsweise eine Combo Box mehr hinzufügen. So, inkludieren wir die mal. Dafür brauchen wir aber noch eine zusätzliche Spalte. Die können wir im Nachhinein einfügen. Und zwar mache ich hier noch Anrede hinzu. Und das soll dann eine Combo Box sein, aus der man dann die Anrede auswählen kann. Dafür gehen wir wieder in den Code. So, Combo Box haben wir inkludiert. Und jetzt könnten wir hier an der Stelle tatsächlich sagen, wir wollen noch ein New Qtable Widget Item hinzufügen. Das muss da drin sein. Das ist dann auch leer. Da schreiben wir nichts hinein. Und wir könnten dann letztendlich sagen, dass wir ich mache hier mal die Klammern weg, die brauchen wir nicht. Im Nachhinein eine Qtable Combo Box erstellen wollen. Ich benenne die mal gleich New Combo Box. Und dann fügen wir dort ein paar Items hinzu. Und zwar eine QString List. Und da ist dann Herr, Frau oder auch Divers drin. Und jetzt können wir über UI Table Widget Set Sell Widget wieder diese Combo Box hinzufügen. Das heißt, wir brauchen wieder die Zeile. Das wäre bei uns ja Row Count. Dann benötigen wir die Spalte. Das ist bei uns dann die vierte Spalte, also mit Index 3. Und das Widget, was wir hinzufügen wollen. Salutation Combo Box. Und wenn wir das einfach mal kompilieren und ausführen, dann, ich mache das mal ein bisschen größer, dann klicken wir auf hinzufügen und wir sehen, wir haben hier dann unsere Combo Box drin und können dann damit auch agieren. das könnt ihr dann mit allen Widgets machen, die letztendlich von QWidget abgeleitet ist oder sind und dementsprechend habt ihr dann hier relativ dynamisch eine Tabelle, die ihr dann bearbeiten und ausführen könnt, wie ihr das gerade benötigt. Ihr könnt dann natürlich auch Bilder einfügen, die einzelnen Grids wegmachen, wenn ihr das möchtet. Also guckt dafür einfach mal euch hier im Objektinspektor die einzelnen Möglichkeiten an, die ihr hier habt zum Formatieren. Hier gibt es dann auch tatsächlich Show Grid, könnt ihr beispielsweise abschalten, dann habt ihr halt kein Grid, wenn ich das mal kompiliere und ausführe. Oder, oder, oder. Das könnt ihr euch so anpassen, wie ihr das gerade braucht. So, dann implementieren wir vielleicht noch das Entfernen. Das ist genauso einfach. Ihr macht dann UI Table Widget Remove Row einfach und da gebt ihr dann die Zeile an, die ihr entfernen möchtet. Wenn ihr das mit der ausgewählten Zeile machen wollt, ihr solltet das vorher natürlich noch einmal abfangen, ob auch eine ausgewählt ist, dann geht das mit UI Table Widget Current Row. Fangt das am besten vorher noch ab oder fragt vielleicht auch den Benutzer, möchtest du wirklich entfernen. Ich mache das hier nun mal exemplarisch. So, und wenn wir dann hier Nachname 2 entfernen wollen, klicken wir drauf und dann wird das tatsächlich auch entfernt. So, für weitere Infos guckt ihr am besten mal in die Doku. Das System funktioniert eigentlich relativ einfach. Ihr könnt da drin auch formatieren mit diesem Q-Table Widget Item. Könnt ihr alles setzen, wie auch in den vorherigen Videos gelernt. Schaut euch das einfach mal an. Ihr könnt da natürlich auch dann die die Ausrichtungen ändern, ja, linkszentriert, rechtsbündig, generell zentriert und so weiter. Schaut euch das mal an und, ja, für den Anfängerkurs will ich da gar nicht viel mehr zu sagen. Probiert mal ein bisschen damit rum. Ergänzungen könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben, wenn ihr es möchtet. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Tschüss!